Wenn jemand dich als dumm oder als dämlich behandelt, gibt es immer einen Weg, das zu ändern. Wenn dich der Geist Gottes berührt, bekommst du eine neue Intelligenz. Und diese Intelligenz wird den Indoktrinator, den, der dich versucht zu indoktrinieren, herausfordern. There is freedom in Intelligenz. In Intelligenz ist Freiheit. But intelligence always comes from God. Aber die Intelligenz kommt immer von Gott. Dummheit comes from men. Dummheit kommt von Menschen. And it's sometimes in genes. We can change the genes. Und manchmal ist es in den Genen, aber auch diese Gene können geändert werden. The restrictive spirit of religion versus the freedom of the Holy Spirit. Die Behinderung oder die Restriktionen des Geistes der Religion gegen den Geist der Freiheit. Apostel Paulus sagt, dass der Herr Jesus der Geist ist. Er ist nicht länger im Fleisch hier, sondern wir sind sein Leib. Gott der Vater ist Geist und Jesus ist Geist und der Heilige Geist ist auch Geist. Unrestricted. Unbegrenzt. A spirit blows wherever he wants. Der Geist weht, wo immer er will. It flows wherever he wants to flow. Und er fließt dorthin, wo er hinfließen möchte. No structures. Da gibt es keine Strukturen. No limitations. Und keine Begrenzungen. Only religion has structures and limitations. Nur Religion hat Strukturen und Begrenzungen. And that's how we face God, the spirit. Und so begegnen wir Gott, dem Geist. Wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Wie viele von euch lieben Freiheit? Warum lieben wir die Freiheit? Weil wir uns nur in Freiheit entwickeln können. Wenn da jemand ist, der immer deinen Raum begrenzt, dann kannst du dich nicht entwickeln. Wenn du Eltern hast, die dir immer wieder sagen, dass du dumm bist, dass du es zu nichts bringen wirst, dass du begrenzt bist, dann kannst du nie etwas erreichen. Und solche Eltern haben derartige Menschen geschaffen. Oder du hast andere Eltern, die sagen, du bist ein wunderbares Kind. Du hast so viele Talente. Du bist fähig. Du bist stark. Du bist schlau. Du bist mutig. Und du wirst siegreich sein. Und du wirst es im Leben richtig machen. Und dann geh und tu es. Go and get them. Go and get them, whatever they may be. Go whatever you gotta get. Get it. Go and get it. Nimm einfach das, was du alles, was du bekommen kannst. It's an expression. Go and get them. Go after them. Jag nach dem. Go. Hunt. Nimm das Leben, so wie es kommt. Jag ihm nach. The space is open. Der Raum ist frei. You are a winner. Denn du bist ein Sieger. Oh, it feels good, huh? Und das fühlt sich gut an, oder nicht? In order to be a winner, you must have losers. Und wenn du ein Gewinner sein willst, muss es auch Verlierer geben. So some produce losers in this life, and others produce winners. Und so produzieren einige Gewinner im Leben, und andere produzieren Verlierer. I've been in religion for much too long. Ich bin in der Religion schon viel zu lange gewesen. I wanted to win. Denn ich wollte gewinnen. And I needed space. Und ich brauchte dazu Raum. Where you can breathe. Wo man atmen kann. When you have a small room, and you shut the windows tight, and you sleep in it, in the morning, it's pretty stuffy. Wenn du ein kleines Zimmer hast, und wenn du die Fenster schließt, und darin schläfst, dann ist es am nächsten Morgen ziemlich stickig darin. And if a stranger comes in and opens your door, oh. Und wenn dann ein Fremder hereinkommt und die Zimmertüre aufmacht, dann müftelt es. Especially if you ate cabbage the night before. Cabbage, coal. Achso, besonders wenn du Kohl am Abend vorher gegessen hast. Or garlic. Oder Zwiebeln. What do you do? Und was machst du dann? You open windows. Dann musst du das Fenster aufmachen. Get fresh air. Und frische Luft hereinlassen. Religion is that stale, old, repetitious, repetitious air. Und die Religion, die ist diese alte, abgestandene, sich immer wiederholende Luft. You go to the, in Jerusalem, to the garden tomb, not the garden tomb, but the sepulcher, the holy sepulcher. Wenn du in Jerusalem, in diese heilige Kirche, the holy sepulcher, where supposedly Jesus rose from the dead, the church of the king, of his resurrection. Diese Kirche dort, die Auferstehungskirche. It is so oppressive. It is always the same atmosphere. It is always so oppressive. It is everywhere you go. It is just religion, 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 religion. Das ist zu bedrückend, weil überall, wo du hinkommst, triffst du nur Religionen. They keep the same traditions for hundreds and hundreds of years. Nothing changes. Sie haben diese Traditionen seit hunderten von Jahren nicht geändert. And if you try to bring something new, they'll throw you out. And when you versuchst, etwas Neues dort hineinzubringen, werden sie dich rausschmeißen. That's the kind of God they have. That is the art God, you see how imagine yourself being God. You're sitting on the throne, you're looking. Und dann stellt euch mal vor, du selbst, du bist Gott, du sitzt auf deinem Thron und schaust. And you want to enjoy your children. Und du willst dich an deinen Kindern erfreuen. And then somebody comes and says, abracadabra, 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 abracadabra. Und dann kommt jemand und sagt, abracadabra, 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 abracadabra. Hokus, pokus, abracadabra, hokus, pokus, abracadabra. Because God is mystery. Denn God is a mystery. They don't know God. They don't know God. So they have to do it. Abracadabra, 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 abracadabra. Und deswegen müssen sie sich immer wiederholen. And God says, okay, okay. Und Gott sagt, ja, ja, ja. And God says, yeah, yeah. What's going on? Was wird hier? I made you. Ich habe euch doch geschaffen. But I didn't make you this way. Aber so habe ich euch nicht geschaffen. Ich habe euch nicht so religiös geschaffen. I gave you the whole universe. And he says, be ruler of the universe. Be subduer. Ich habe euch das ganze Universum gegeben. Und ich habe gesagt, ihr sollt das ganze Universum beherrschen und euch unterwerfen. Nehmt meine Autorität. I give you space. Ich habe euch den Raum gegeben. Grace is space. Gnade bedeutet Raum. You don't have grace. You are in a little box. You cannot hardly turn. Wenn du keine Gnade hast, dann bist du in einem kleinen Kasten und kannst dich kaum bewegen. Grace is like the big ocean. Aber die Gnade ist wie der große Ozean. Is das wunderbar? Als der Herr mich von der Religion freigesetzt hat, da habe ich mich in den Heiligen Geist verliebt und in die Gnade Gottes. Und dann hat der Herr gesagt, und jetzt musst du diese Freiheit beschützen. Denn die Welt ist voller Diebe. Und wenn du dich an dem falschen Ort befindest, werden sie es dir stehlen. Und wie? Sie werden dir verbieten, Menschen einzuladen. Bin ich bei dir angestellt? Bezahlst du meinen Lohn, dass du mir etwas verbieten kannst? Ist denn die Kirche ein Geschäft? Bist du ein Vorarbeiter, der die Peitsche hat? The one with the horses. Ach, ein Fuhrmann. Ja, I've already used your word. Ja, Fuhrmann. I said that forbidden. Kannst du, bist du jemand, der jemanden anders etwas verbieten kann? Not allowed. Etwas nicht erlaubt ist? My God, what has happened to the children of God? Was ist denn mit den Kindern Gottes passiert? And that we have permitted ourselves to be ruled by the flesh. Und wir haben erlaubt, dass wir von diesem Fleisch regiert werden. But the scripture says, 2 Corinthians 3, 17, Where the spirit of the Lord is, there is liberty. Aber die Schrift sagt, im 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und diese Freiheit kannst du überall dort schaffen, wo du bist. In deiner Gemeinde, in deiner Kirche, in deiner Ehe, überall. Denn wir sind die Schaffer der Freiheit. Wenn wir sie nicht schaffen und wenn wir sie nicht beschützen, dann wird sie jemand anders von uns stehlen. Skillfully formulated religion will do that. Eine gut formulierte Religion wird es schaffen. Truth makes us free from, die Wahrheit macht uns frei von, the bondage of men's lie. Von der Gebundenheit der Lügen der Menschen. Wer hat die Wahrheit in diese Welt gebracht? The law was given through Moses. Das Gesetz wurde uns gegeben durch Mose. Grace and truth were realized through Jesus Christ. Und die Gnade und die Wahrheit, die kamen durch Jesus Christus. Notice this word truth. Dieses Wort heißt Wahrheit. John 1, 17. Und das steht im Atem, Johannes 1, Vers 17. What did he say? Was hat Jesus gesagt? You will know the truth. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. You can learn English, you see. Ihr könnt etwas Englisch lernen. Die Wahrheit heißt das. And the truth. Und die Wahrheit will do what? Wird was machen? Sie wird euch frei machen. The word make free. Das eine heißt machen und das andere frei. Einige sagen, sie wird euch frei setzen. Aber das ist falsch. Sondern sie wird euch frei machen. Wenn man frei gesetzt wird, dann ist es eine einmalige Angelegenheit. Aber wenn man frei gemacht wird, dann wird es täglich wieder neu gemacht. Du bist frei gemacht. Du bist frei gemacht. Du machst dich frei. Du machst dich frei. Und du machst dich frei. Indem du die Freiheit beschützt. Das ist John 8, 32. Das lesen wir in Johannes 8, 32. Look. Know the truth. Hier steht kennen die Wahrheit. A lot of ministers they don't want you to know the truth because they keep on manipulating the crowds to their own advantage. Viele Diener wollen nicht, dass ihr die Wahrheit kennt, weil sie die Massen manipulieren, um selber einen Vorteil davon zu haben. Das ist ein religiöses Geschäft. Und das ist die Wahrheit. Und ich war auch darin, lange Zeit. Es ist ein religiöses Geschäft. Ich habe diese großen Konferenzen in Paris und in England und in London gesehen, wer was machen will, wer was machen will, und wer das machen will, und wie er die Menschen manipulieren und manipulieren wird. Sie haben den Leuten erzählt, sich wie Affen zu benehmen, und die Menschen sind zu Affen geworden. Wer will die Seilbung? Kommt und holt euch die Seilbung. Und jeder schreit, ich, ich, ich will die Seilbung haben. Auch ich habe das getan. Und auch ihr. Und jetzt ist die Zeit, damit aufzuhören. Denn die Seilbung fließt nicht, sie ist nicht dick, sie ist nicht dünn. Die Seilbung ist eine Mark von Gott, und wegen der Seilbung kommt der Heilige Geist. Denn die Seilbung fließt nicht, sie ist auch nicht dick oder dünn oder dreifach, sondern die Seilbung ist ein Zeichen, und wegen dieses Zeichens kommt der Heilige Geist. Und die beste Art, frei zu werden, ist, wenn man erkennt, dass man blind war und jetzt sehen gelernt hat. Ich bin in der Religion und jetzt bin ich frei. Erst war ich gebunden in der Religion und jetzt bin ich frei. Der alte Mensch ist begraben worden, er lebt nicht mehr. Ist das wunderbar? Etwas hat sich geändert. Die alten Dinge sind vergangen. Die Wahrheit macht uns frei. Wir werden dadurch reformiert, neu geformt. Ich mag es mit diesen Worten zu spielen, denn es gibt viele Bedeutungen in diesen Worten. Das Gegenteil von Wahrheit ist eine Lüge. Eine Lüge muss sich verbergen und etwas vorgeben, in order to sell itself as the truth. Sie muss das tun, um sich selbst als Wahrheit verkaufen zu können. Eine Lüge muss sich selbst in ein Gewand der Wahrheit kleiden. Niemand, der bei vernünftigem Verstand ist, würde sich vor euch hinstellen und sagen, ich belüge euch jetzt. I'm just lying. Just, this is a lie, what I'm telling you. Ich werde euch jetzt einfach Lügen erzählen. So, people use their smartness and their intelligence und so benutzen die Menschen ihre Schlauheit und ihre Intelligenz um euch zu bekommen. Und sie denken, dass ihr nicht so intelligent seid, so intelligent wie sie. Bis jemand kommt, der gerade aus einer Versammlung von Josef Luxum kommt und auf einmal haben diese Menschen, die dort immer waren, schon Angst vor diesen Neuankömmlingen. Denn sie waren immer damit beschäftigt, euch zu binden und jetzt seid ihr auf einmal los, frei, ungebunden. Gott, listen carefully, Gott is in the business of unbinding and people are in business of binding. Und jetzt hört genau zu, Gott ist immer damit beschäftigt, uns frei zu machen, von Bindungen zu befreien und die Menschen sind damit beschäftigt, uns wieder zu binden. And it's constantly the war between what God wants and what when wants. Und es ist immer der Krieg, der Kampf zwischen dem, was Menschen wollen und zwischen dem, was Gott will. I do not submit myself to an authority if that authority has no wisdom. Ich werde mich keiner Autorität unterordnen, wenn diese Autorität keine Weisheit hat. But I will readily under submit myself to authority if that authority has the wisdom of God. Aber wenn eine Autorität die Weisheit Gottes hat, dann werde ich mich dieser Autorität unterordnen. Erinnert euch, als Jesus Lazarus wieder auferweckt hat. What did he say? Was hat er gesagt? He said to the man, you bound him, you unbind him now. Er hat gesagt zu diesen Menschen dort, ihr habt ihn gebunden, eingewickelt und jetzt müsst ihr ihn wieder auswickeln. Men embalmed him and they bound his body up and put him in a tomb. Die Menschen haben ihn gebunden, haben ihn eingewickelt und in das Grab gesteckt. Jesus was just raising him up, but the unbinding, Jesus hat ihn auferweckt und dann hat er gesagt, ihn auszuwickeln, das müsst ihr machen. That's my job. Und das ist meine Arbeit. That's your job in Switzerland. Und das ist eure Aufgabe in der Schweiz. If you're set free, you must unbind other people. It's your responsibility. Wenn ihr frei geworden seid, dann müsst ihr andere Menschen auch frei machen, Verbindungen lösen. Das ist eure Verantwortung. Therefore, if the truth sells itself, if the lie sells itself, as truth, und deswegen, wenn die Lüge sich selber als Wahrheit verkauft, it will try to control and limit any freedom. Dann wird sie versuchen, jede Freiheit zu kontrollieren und zu begrenzen. These are the signs. Und die Zeichen davon sind, it will obscure the bright light. Sie wird das helle Licht verdunkeln. It will obscure the bright light of the truth. Sie wird das helle Licht der Wahrheit verdunkeln. Because it's not in the business, I say again and again, it's not in the business to set the captives free. Denn wieder und wieder muss ich es sagen, es ist nicht die Aufgabe der Religion, die Menschen, die Gefangenen, freizusetzen. If the Catholic Church would set the people free today, the church would be empty. Wenn die katholische Kirche ihre Mitglieder freilassen würde, dann wären die Kirchen heute leer. And any other traditional church for that matter. Und jede andere traditionelle Kirche, der würde es genauso gehen. Don't take me wrong. We need religion. Versteht mich nicht falsch. Wir brauchen Religion. Because religion is a frame that holds a picture. Denn die Religion ist ein Rahmen, der ein Bild hält. Aber dieser Rahmen hält nur ein Bild und erweist uns in eine Richtung. Und wenn du diese Richtung einschlägst und weitergehst darin, was wird passieren, wenn du ankommst? Dann wirst du mit dem Bild umgehen und nicht mehr mit dem Rahmen. Dann hast du etwas Lebendiges und brauchst den Rahmen nicht mehr. For this reason Israel also had rituals, religious rituals, und genau aus diesem Grund hatte Israel auch religiöse Rituale, because there were ex-Slaven. Weil sie ursprünglich Sklaven waren. That's the reason. Das ist der Grund dafür. But let's look Abraham. Aber wenn wir Abraham anschauen, he was never a slave. Da war nie Sklave. He had a living relationship with God without any rituals. Und der hatte eine lebendige Beziehung mit Gott ohne jedes Ritual. Did you capiche? Versteht ihr mich? So do you see the difference? Versteht ihr den Unterschied? Wenn du ein Sklave von etwas bist, dann brauchst du Rituale. Because it gives you the impression that this is the right way. And religion gives you that impression that it's the right way. And it is. Und weil das den Eindruck erweckt, dass es der richtige Weg ist. Und die Religion erweckt auch diesen Eindruck. Und es ist tatsächlich der richtige Weg. A stranger from the street would say this is a religious service. Ein Fremder, der hier reinkommt, würde sagen, das ist ein religiöser Gottesdienst. Yes. But I'm not indoctrinating. Das ist richtig, aber ich indoktriniere niemanden. I'm not trying to steal. You can come, you can go, you can give your offering, you don't have to give your offering, you can do whatever you want. Ich bin nicht dabei, euch zu stehlen oder zu berauben. Ihr könnt kommen oder gehen, ganz wie ihr wollt. Ihr könnt ein Opfer geben oder nicht, wie es euch gefällt. Jörg und Ruth, they can say we have no more meetings, closed, finished. Und wenn Jörg und Ruth sagen, wir wollen hier keine Veranstaltung mehr haben, dann ist Schluss. Und dann sage ich, es ist in Ordnung, ich gehe woanders hin. Und wenn die Türe in der Schweiz zugehen würde, würde der Herr woanders eine aufmachen. Ich bin nicht auf ein Land begrenzt. Versteht ihr? Aber manche, die eben dieses religiöse Geschäft haben, die sind beschränkt auf ein Land oder vielleicht sogar auf eine Stadt. Aber hört their job ist to make people addicted to the freedom of the Holy Spirit. A pastor, a leader, his responsibility is to make people addicted to the freedom of the Holy Spirit. Der Pastor, der Gemeindeleiter, dessen Aufgabe ist es, die Menschen abhängig von der Freiheit zu machen. Addicted to the freedom of the Holy Spirit. abhängig von der Freiheit des Heiligen Geistes zu machen. Und think for now and for now, let's put it in blocks. Wir wollen das in Stücke aufteilen. Every minister and every pastor jeder Diener und jeder Pastor his job is to make every faithful a sheep. Dessen Aufgabe ist es, jedes treue Schaf make them addicted to the freedom of the Holy Spirit. Sie abhängig zu machen von der Freiheit des Heiligen Geistes. Now, Abhängigkeit and freedom are contradictive terms. Abhängigkeit und Freiheit sind etwas Gegensätzliches. But not when you are addicted to the freedom. Aber nicht dann, wenn du abhängig von Freiheit bist. You never have enough of freedom. Dann kannst du von der Freiheit nie genug bekommen. You will know the truth and the truth will make you freer and freer and freer higher and higher and higher like an Adler. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freier und freier und freier machen, bis du hoch wie ein Adler fliegst. And then you're coming to the place with just the winds you soar you no longer flap your wings but you just soar. Und dann wirst du an einen Ort kommen wo du nicht mehr mit den Flügeln schlagen musst sondern wo du gleiten, segeln kannst. Until that day you have to get yourself to that high place where the gusty winds take over and you can glide. Bis zu diesem Tag musst du mit deinen Flügeln schlagen und immer höher dorthin kommen wo diese Winde dich dann selber tragen. And if you go further still und wenn du dann noch höher kommst you bypass gravity dann wirst du die Gravitation überwinden and there's nothing to pull you down und dann wird es nichts mehr geben was dich herunterziehen kann. So was Enoch walking with God and he was no more. Und genau so ist Henoch mit Gott gegangen und dann war er nicht mehr da. Illusion pretends to be the light because it is darkness. Illusion gibt vor Licht zu sein weil sie Dunkelheit ist. that's why it's called Illusion Deswegen wird es Illusion genannt. The opposite of truth is lie but lie is never without clothing its clothing are illusion Die Lüge ist das Gegenteil von Wahrheit aber die Lüge wird nie direkt sein und deswegen ist das Kleid oder das Gewand der Lüge Illusion. I can put my words in a religious fashion too Ich könnte auch meine Worte in religiöse Kleider hüllen Liebe Brüder und Schwestern ich möchte euch heute etwas mitteilen was ich selber nicht so genau weiß aber Halleluja Und die Salbung die Salbung ist gerade überall über mir meine Haare sind ganz fettig Was versuche ich damit zu verkaufen? Wenn ich etwas verkaufen will dann sage ich schau dir das an und das hat diesen Wert willst du es haben oder nicht kauf es oder lass es Dann habe ich Respekt für Menschen Menschen die nicht ganz normal sind die lieben mich weil ich sie respektiere sie können nicht genug von mir bekommen und wenn ich sie lassen würde sie würden mir überall hin folgen weil ich jeden respektiere weil in jedem Menschen der Schatz Gottes ist In this context Jesus said Und in diesem Zusammenhang sagte Jesus John 8, 44 In Johannes 8, Vers 44 You are doing the deeds of your father Ihr tut die Taten eurer Väter You are of your father the devil and you want to do the desires of your father Ihr seid aus eurem Vater dem Teufel und ihr möchtet die Begierden eures Vaters tun Now he speaks about genes Er redet hier über Gene er redet über physische Menschen Das ist dieses Kapitel in dem Jesus davon spricht dass ihr die Wahrheit kennenlernen werdet und die Wahrheit euch befreien wird Und die Menschen sagen unser Vater ist Abraham Und Jesus sagt zu ihnen Nein, euer Vater ist nicht Abraham euer Vater ist der Teufel Und wir wissen bereits wer das ist Wir kennen diesen ersten Mörder und den ersten Lügner Er war der Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit weil in ihm keine Wahrheit ist Wenn du das auf den Teufel auf den Satan im Himmel beziehen würdest dann müsstest du irgendwas im Himmel studieren aber vom Himmel gibt es keine Bibel Die Bibel ist für uns hier auf dieser Erde Sie hat beinhaltet das was Gott zu uns auf dieser Erde sagt Was er geplant hat für dich auf dieser Erde Und er redet über die Zukunft nach der Erde Wir wissen nicht ob in Satan im Himmel keine Wahrheit war weil es gibt keine Schriftstelle Das ist reine Theologie Wir wissen nicht was im Himmel geschehen ist Wir können nur darüber spekulieren und Spekulationen sind immer sensationell Wenn er etwas sagt dann redet er eine Lüge denn er redet von seiner eigenen Natur denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge Jesus sagte Ich bin die Wahrheit Er hat nie auch nur Halbwahrheiten gesagt Er hat immer die ganze Wahrheit gesagt Er sagte Ich bin die Wahrheit Und er möchte dass auch wir die Wahrheit sind Die Natur der Finsternis ist etwas zu verbergen Und die Natur des Lichtes ist etwas zu offenbaren Das ist ganz einfach Nur in der Dunkelheit kann man seltsame Dinge tun Aber wenn das Licht der Intelligenz eingeschaltet wird Wenn du seltsame Dinge verkaufen willst fragwürdige Dinge an den Mann bringen willst Und du willst sie verkaufen als das allerbeste allerwertvollste Das Internet ist voll von solchen Dingen Und da gibt es Dinge da kann man lesen dass es ein Buch gibt wo beschrieben ist wie man innerhalb von einer Woche Millionär wird Wenn du 100 Euro dafür bezahlst dann kannst du in einer Woche Millionär sein Und tatsächlich die dieses Buch verkaufen werden Millionäre Sie verkaufen etwas Fragwürdiges weil wenn du dir dieses Buch kaufst und es dann liest dann wirst du feststellen dass du so viel machen musst Dann wirst du bemerken dass du genauso beschäftigt bist wie jedes andere Geschäft auch Und nicht jeder ist dafür ausgewählt Nicht jeder hat diese Fähigkeit Aber die Menschen die wollen reich sein und möglichst ohne Arbeit Und die Bestseller das was sich am besten verkauft das ist immer wenn es um Geld geht oder wenn es um Sex geht Ich habe eine Frau ich weiß was Sex ist Ich habe eine Frau Wenn man das anders betont dann funktioniert das schon Ich habe eine Frau und ich weiß was Sex ist Ich brauche kein Buch wo ich darüber lesen kann Wenn du dich an einen Buch ergötzen kannst musst du eben das Buch kaufen Weil du auf einmal irgendeinen Mangel verspürst Und wenn deine Taschen auch nicht so viel Geld enthalten dann kaufst du dir eben ein Buch über Geld Das ist die Manipulation dieser Welt Und in der Religion funktioniert das dass du versuchst Gott kennenzulernen Aber dieser Rahmen der ist nicht Gott Sondern dieser Rahmen der hält nur ein Bild in sich Habt ihr gestern Abend Gott gefühlt? Ja Und ihr seid dabei ihn auf eine ganz persönliche Weise kennenzulernen Denn wenn ihr nach Hause kommt dann könnt ihr immer noch seine Gegenwart spüren Und ich habe euch gesagt dass mit dieser Botschaft der Herr ein neues Kapitel in meinem Leben geöffnet hat Und als ich das gesagt hatte hatte ich einen Besucher in meinem Zimmer Und das war für mich wichtiger als jedes Fleisch und Blut Und ich habe mich daran erfreut und ich habe alles aufgezeichnet was er mir gesagt hat Ich habe ein neues Kapitel begonnen und ich kenne Gott Ich kenne den Vater Er ist in mir Und ich tue nur das was er sagt Und von jetzt an werde ich nie wieder einen Kompromiss machen Das ist sein Wille Hast du irgendetwas zu verbergen? Im Himmel wird jeder wissen wer du bist und was du denkst Stellt euch das mal vor Im Himmel wird jeder die Gedanken des Anderen kennen Da gibt es kein Hanky-Panky mehr im Himmel Das Licht der Wahrheit ist die Natur des Himmels Und deswegen haben wir unseren Weg auf dieser Erde zu beginnen um in der Wahrheit zu sein Es gibt nichts endgültiges beschlossenes hidden verbergenes in heaven Everything is in the open Im Himmel gibt es nichts verbergenes Alles ist öffentlich Man sagt Okay, let's talk frankly Wenn ein Mann sagt lass uns freundlich Men Usually men Together Let's talk frankly Frankly? Frankly Direct Frankly Openly Lass uns Lass uns direkt miteinander reden And then Let's put our cards on the table Und dann lass uns die Karten auf den Tisch legen Face up Mit der Zahl nach oben Man kann auch die Karten verkehrt rum auf den Tisch legen Und wenn du Poker spielst Aber wenn du deine Karten offen hinlegst means truth Und das bedeutet Wahrheit Let's be frank Let's be clear Lass uns Klartext miteinander reden Nichts verbergen mehr Und diese Art Praxis ist himmlisch Und wenn du einen Bund hast der auf diese Art Praktik gegründet ist dann wirst du immer gewinnen Wenn dein Geschäft darin gegründet ist Im Himmel wird die Wahrheit herrschen Nur in der Religion kann man etwas verbergen bedecken Soldaten put on a camouflage Die Soldaten die haben solche Tarnwesten an oder Tarnjacken sie tarnen sich damit und wenn die Panzer so mit solchen Netzen bedeckt werden oder die Kanonen das nennt sich camouflage Das ist ein französisches Wort und einige kennen sicher französisch Aber wenn man in der Freiheit des Geistes respektiert jeder die individuelle Freiheit niemand wird versuchen jemanden anders zu überwinden Ich respektiere deine Freiheit und du respektierst meine Freiheit Du schaust anders aus du redest anders du verhältst dich anders und das respektiere ich Welches Recht hätte ich zu sagen du musst so sein wie ich das ist Frechheit right then you would response is how dare you Wie kannst du dir wagen so etwas zu sagen Terrible Es Es ist härter in Freiheit zu leben als in Gebundenheit zu leben wisst ihr das und deswegen bezahlen die meisten Menschen diesen Preis dafür nicht weil es andersrum bequemer ist aber dann wirst du auch nicht auf dem Thron von Jesus sitzen können dann kannst du nicht in den dritten Himmel kommen so wie Paulus und du kannst auch nicht scheinen wie die Sterne des Himmels du wirst dann ganz gewöhnlich sein so gewöhnlich wie es nur geht denn im Himmel wird es Hierarchien geben manche werden heller scheinen und andere nicht zu hell und nach Apostel Paulus gibt es mindestens drei Himmel aber irgendwo wir wissen nicht ob im ersten oder im zweiten Himmel irgendwo ist der Thron Gottes und nur Überwinder werden auf diesem Thron sitzen was haben wir jetzt zu überwinden wenn etwas mit deiner Ehe nicht funktioniert dann kannst du das überwinden du musst Liebe schaffen wenn keine Liebe mehr da ist du kannst Freude schaffen wenn du dich selber nicht glücklich fühlst wenn du erwartest dass dein Partner dir Glück schafft dann musst du das andersrum machen weil ihr das jetzt gehört habt mache ich euch glücklich ich schaffe das ich bin ein Diener Gottes und meine Aufgabe ist euch glücklich zu machen in meinem persönlichen Leben mache ich meine Frau glücklich und dann macht sie mich glücklich weil ich dieses Glück geschaffen habe und sie schreibt mir E-Mails ich bin die glücklichste Frau auf der Erde und ich schreibe zurück und ich bin der glücklichste Mann auf der Erde mit dir wir schaffen dieses Glück Glück kommt nicht mit dem Zug gefahren es kommt nicht zu dir du musst es schaffen aber du kannst dieses Glück nicht schaffen wenn du gebunden bist dann bist du wie der tote Lazarus aber glücklich du bist du bist hier aber ihr seid gesegnet und ihr könnt euch glücklich schätzen dass ihr hier seid denn ich pflanze eine Saat in euch und ich gebe euch Ratschläge wie ihr euer eigenes Glück schaffen könnt überall dort wo ihr hinkommt das ist die Macht dieser Worte sei frei und stell dich auf deine eigenen Füße nur in Freiheit kannst du die Stimme des Vaters hören der Vater redet nicht zu gebundenen Menschen er will dich erst befreien Gott hat diese Gebundenheit der Israeliten in Ägypten gehasst wisst ihr wie er zu Mose geredet hat er sagte hörst du nicht das schreien meines Volkes in seiner Gebundenheit es steigt zu mir hoch geh und befreie sie das war die Berufung von Mose alles in diesem Leben funktioniert nach dem Prinzip von Druck und Entspannung you can use the same word compression there no big difference there compression decompression yes engines run this way what is better the compression or decompression the second one God gott hat uns auf diese Erde geschickt um uns zu komprimieren and he's giving us the truth to decompress und er hat uns die Wahrheit gegeben um uns zu dekomprimieren let me say it again did you capisce versteht ihr das ich sag es nochmal this place is limited therefore compression diese Erde ist begrenzt und deswegen voller Druck we are compressed und wir sind bedrückt we are compressed by being in this body i'd like to be outside of this body wir sind bedrückt oder komprimiert weil wir in diesem körper stecken und ich möchte aus diesem körper heraus sein we are limited by time we are limited by food we are limited by all kinds of activities wir sind von der Zeit begrenzt wir sind von dem essen begrenzt wir sind von allen möglichen Dingen begrenzt du musst essen du musst trinken schlafen dich vermehren auf Arbeit gehen Geld verdienen Disziplin haben alles kostet Geld und wegen dieses Stresses sind wir bedrückt das ist der Druck der Stress der Druck schafft den Stress die Kompression ist Stress und nur und ausschließlich das Wort Gottes das Wort der Wahrheit kann uns dekomprimieren entspannen die Religion wird es nie schaffen die Religion sagt immer du musst du musst und der Geist der Freiheit sagt sei faul du musst nichts machen ich muss 24 Stunden am Tag beten nein du musst nicht wir haben jetzt Fastenwoche und die ganze Nacht gebet und dann müssen wir noch mit dem Teufel kämpfen um uns beschäftigt zu halten im Stress zu halten wenn du vor den Herrn kommst dann kannst du dich entspannen er leitet mich zu ruhigen Wassern und er macht dass ich mich hinlegen kann auf die grüne Wiese wo ist das her genommen ja faul aber vor dem Herrn und das ist in Ordnung wenn der Schabbat kommt dann können wir faul sein komm meine liebe Frau lass uns mal faul sein es ist der siebente Tag der Tag des Herrn und er ist dem Herrn heilig Gott redet er berührt uns und er liebt uns und es ist unsere Verantwortung Freiheit zu schaffen du kannst Gottes Stimme nur in der Freiheit hören nur wenn du entspannt bist dekomprimieren Psalm 46 Vers 10 heißt es dort heißt es sei ruhig und erkenne dass ich Gott bin wenn du komprimiert bedrückt bist dann bist du nicht ruhig oder still dann gehen deine Gedanken hin und her vor und zurück dann musst du irgendetwas tun aber wenn du entspannt bist dann kannst du stille sein Halleluja meinen Frieden gebe ich euch nicht zu wie ihn die Welt gibt die Welt gibt uns Bedrückung Stress und Not Schwierigkeiten aber ich gebe euch Frieden und das heißt faul sein aber wir fühlen uns dann zu schuldig wer hat uns denn diese zu schuldig gemacht oder diese Schuld gegeben Religion die Religion wir sind so religiös dass es in der Nase Gottes stinkt denn wir kennen ihn nicht den Gott des Friedens den Friedens und die Friedensstifter sind die Söhne Gottes und die können die Stimme ihres Vaters hören das ist dann ganz normal Gott redet nie wenn du beschäftigt bist und wenn du ihm den Rücken zugekehrt hast in religiöser Gebundenheit kann man nur die Stimme des Menschen hören aber weil du einen Hunger danach hast Gottes Stimme zu hören wirst du alles tun was du tun musst ist es nur religiös zu tun sell it as God's voice but it's really not God's voice because God's voice always includes freedom und das dann als die Stimme Gottes zu verkaufen aber es ist nicht die Stimme Gottes denn Gottes Stimme beinhaltet immer Freiheit say it again beinhaltet Gottes Stimme beinhaltet immer Freiheit drittemal Gottes Stimme beinhaltet immer Freiheit und jede andere Stimme ist eine menschliche Stimme Jesus came to give us peace give us rest he said learn from me that I'm gentle and humble in my heart and you shall find rest for your souls Jesus kam um uns Frieden zu geben und um uns Ruhe zu geben er sagte lernt von mir denn ich bin demütig und sanftmütig im Herzen und ich gebe euch Ruhe für eure Seelen kein Stress keine Bedrückung nicht du musst hat Jesus uns irgendwann und er sagt und er sagte ich gebe euch den Heiligen Geist und der ist Freiheit bezahle den Preis für die Freiheit und dann wirst du glücklich sein und deine Beziehung dein Leben mit dem Vater wird dann real sein wirklich und nicht aufgemacht wer für die Freiheit gekämpft hat und gewonnen hat und frei geworden ist und diese Freiheit nicht bewahrt hat you know what I'm talking about the Reformation es geht um die Reformation Luther Calvin Zwingli Luther Calvin Zwingli they were compressed they were in bondage to the Catholic Church sie waren bedrückt und in gebundenheit gegenüber der katholischen Kirche just as Jews were genauso wie die Juden in Spain during this so called holy inquisition in Spanien während dieser sogenannten heiligen inquisition Tyndale an English reformer before Luther was the first one who translated the Bible into English language Tyndale war ein Reformator schon lange vor Luther er war der erste der die Bibel ins Englische übersetzt hat he had to change his name many times and he had many different aliases er musste seinen Namen ganz oft verändern und er hatte ganz viele Alias Namen er ist durch ganz Europa gereist und während dieser Zeit wurde der Druck erfunden Buchdruck und er war der erste der die Bibel in einer aussprechbaren Sprache gedruckt hat und er war in Belgien und irgendjemand hat ihn eingeladen zum Essen und er sagte ich bin sehr interessiert an deiner Arbeit aber er hat ihn an die Katholiken verraten und sie haben ihn auf dem Scheiterhaufen verbrannt da habt ihr euch und dieser Geist existiert unter euch oder in diesem Land in der ganzen Welt immer noch die die angefangen haben in Freiheit die setzen die Menschen nicht mehr frei sondern sie beginnen oder sie fangen an sie zu begrenzen von einer Gebundenheit in die nächste wie sollte dann irgendjemand eine persönliche Beziehung zum Vater entwickeln können der Apostel Paulus ist mein Champion der Apostel Paul hat sich an der Freiheit erfreut und er hat für die Freiheit gekämpft so wie es sein Meister ihm befohlen hat wahre Hirten bewahren die Freiheit der Preis für die Freiheit ist sehr hoch aber der Lohn für die Freiheit ist unbezahlbar 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 I like that the Lord is my shepherd he makes me lie down in green pastures he leads me beside quiet waters he restores my soul he 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 I fasted in my life I fasted for the first time when a woman was paralyzed from head to toes I fasted for her seven days I have in my life often fasted the first time as I fasted was for a to fasted niemand hat mir erklärt dass ich fasten müsste ich habe mich dazu entschieden I asked the Lord I have the Lord and he says if you do that I'll do that and he said if you do that I'll do that and I said I'll never know if God speaks to me if I don't do it and I said I I will never find if God to me gered hat wenn ich das jetzt nicht tue the lady was 80 years old already totally healed and she was völlig geheilt instantly on the stelle and danach habe ich nie mehr jemanden die Hände aufgelegt that was my first success I fasted 12 days for the 12 tribes of Israel I have 12 days for the 12 Stämme Israels I don't know why I I wanted to experience God I wanted God erfahren I fasted 21 days on water all of this was on water many three days fast and before I reached 40 days on water that was the last time I fasted and during this sacrifice time God revealed to me said you don't need to do this and während dieser opfer zeit hat gott mir offenbart dass ich das nicht tun musste I said very nice you pay the price and ich sagte das ist sehr schön von dir ich habe den preis bezahlt and because you pay the price the truth the knowledge you got is yours you paid for it und weil du diesen preis bezahlt hast sagte er mir deswegen ist diese erkenntnis das wissen gottes deins there are many other ways of reaching god and having the power of god in your life es es aber auch noch viele andere wege gott zu erreichen und seine kraft in deinem leben zu haben i pay the price for that's why i can stand before you and show you this i have the price for bezahlt and deswegen kann ich hier stehen und euch das zeigen who makes me lie down wer hat mich hin liegen lassen he er what religion tells us jump die eine religion sagt fast pray bete organize all of this is good und all das ist richtig but it leads to somewhere aber es muss wohin leiten he makes you lie down on green pastures what do they represent er lagert uns auf grünen Auen was bedeutet das abundance überfluss rest und Ruhe und er lagert mich an stillen Wasser nicht an strömenden Wassern nicht eine Flut sondern stille Wasser und keine tötenden Wasser sondern ruhige Wasser und er bedrückt nicht meine Seele und er treibt mich nicht an und steht dort mit der Stechuhr und der Peitsche hier ist meine Uhr bist du fertig er stellt meine Seele wieder her und Johannes 21 Vers 15 bis 17 lesen wir follow this carefully Simon Peter Jesus said to him son of John do you love me more than these Jesus sagte zu Simon Petrus Simon sohn des Johannes liebst du mich mehr als dieser he said to him yes Lord you know that I love you und er sagte ja Herr du weißt dass ich dich liebe whose limbs are we wessen Lämmer sind wir he said to him tend and my lambs und Jesus sagte zu ihm hüte meine Schafe let the intelligence of the Holy Spirit lead you lass dich von der Intelligenz des Heiligen Geistes leiten he said to him again a second time Simon son of John do you love me und er sagte zu ihm zum zweiten Mal Simon sohn des Johannes liebst du mich he said to him yes Lord you know that I love you und er sagte ja Herr du weißt dass ich dich liebe Jesus gave Peter the freedom to understand what he means Jesus gab Petrus die Freiheit zu verstehen was er meinte he said to him the third time und er sagte zum dritten Mal zu ihm Simon son of Jonah do you love me Simon sohn des Jonah liebst du mich Peter was grieved because he said to him the third time und Petrus war traurig weil er es zum dritten Mal zu ihm sagte do you love me weil er ihn zum dritten Mal fragte liebst du mich and he said to him Lord you know all things you know that I love you und Petrus sagte zu ihm Herr du kennst alle Dinge du weißt dass ich dich liebe good shepherds das sind gute Helden never bind the Lord's sheep die niemals die Schafe des Herrn binden Jesus says tend my sheep not your sheep Jesus sagt hüte meine Schafe nicht deine love my sheep liebe meine Schafe feed my sheep und füttere meine Schafe aber wie wenn du mich liebst dann wirst du das für mich tun it's not a religious business und das ist kein religiöses Geschäft I hope that you sense you feel the love of God that flows through us to you ich hoffe dass ihr das fühlt dass ihr die Liebe Gottes spüren könnt die durch uns zu euch fließt that's why we must have independent places deswegen müssen wir unabhängige Orte haben because I cannot you know press anybody's toes denn ich kann mich nicht auf die Zehen von irgendjemandem stellen the doctrinal toes doctrinal toes auf die Lehre der Zehen ah it's not people have doctrines right yeah so I cannot stop on their doctrines you can you did ich kann nicht auf die ich kann den anderen Menschen nicht auf die Zehen treten if I go to different churches I have to be very careful what they believe in what do they proclaim wenn ich in verschiedene Kirchen komme dann muss ich immer sehr vorsichtig sein was glauben die und was sagen die usually it's to make a nice meeting und das ist dann eigentlich nur um eine schöne Veranstaltung zu haben and never try to set the people free never aber versuch ja nie die Menschen freizusetzen because you are in foreign territory denn du bist auf fremdem Gebiet only one fault ministry does not travel four fault ministries they always travel and they have the freedom nur einer von diesen von diesem fünffältigen Dienst der reist nicht die anderen vier die reisen und die haben Freiheit and they must bring their freedom and you cannot get them everywhere und die müssen die Freiheit bringen aber sie können nicht überall hinkommen especially God good shepherds never bind the lord's sheep but give them a spacious field to rest drink and grace in Holland be so wonderful so free sie konnten einfach nicht glauben dass es so wunderbar so frei sein kann ich habe keine anderen Motive so untergeschobene Motive nichts was unter dem Tisch ist die anderen Menschen richten nach ihrer eigenen Realität und mit den mit den Holländern musst du vorsichtig sein wenn in Israel holländische Touren sind will niemand mit denen gehen und ganz besonders diese Reiseführer niemand will mit denen arbeiten weil die immer nur das Geld einstreichen wollen und wenn du in den Staaten in ein Restaurant gehst dann sagst du am Ende let's touch it also lass es uns vollendig tun das heißt jeder bezahlt für sich selbst famous for this so see they've been so in that bondage religious and so many of them have gone secular they are totally non-religious now und es gibt sie sind so in dieser religiösen gebundenheit dass sie dann irgendwann weltlich geworden sind the churches are empty turned into supermarkets and clubs die kirchen in holland sind leer und sie werden in supermärkte und clubs umgebaut in england the same in england ist das genauso europe becomes slowly very secular no religion europa wird langsam immer säkular immer weltlicher ohne religion und wisst ihr warum wegen der gebundenheit die menschen lieben die freiheit wenn du mich liebst dann wirst du auch meine schafe lieben sagte jesus zu ihm hüte meine schafe the gospel of freedom galatians 2 verse 4 das evangelium der freiheit galatians 2 vers 4 but it was because of the false brethren secretly brought in who had sneaked in to spy out our liberty es war aber der nebeneingeführten falschen brüderwegen die nebeneingekommen waren um unsere freiheit auszukundschaften ja jesus the spirit of true freedom jesus ist der geist der wahren freiheit which we have in christ jesus in order to bring us into bondage which we have this is from previous one who had sneaked in to spy out our liberty which we have in christ jesus in order to bring us into bondage das muss man insgesamt lesen die nebeneingekommen waren um unsere freiheit auszukundschaften welche wir in christ haben auf das sie uns in knechtschaft brächten ich liebe apostel paulus mein champion erst mein champion but what he says here but we did not yield in subjugation or subjection aber denen wir auch nicht eine stunde durch unterwürfigkeit nachgegeben haben auf das sie die wahrheit des evangeliums auf das die wahrheit des evangeliums bei euch verbliebe hallelujah we have not yield to the subjugation wir haben ihnen nicht nachgegeben we fought for our freedom paul said wir haben für unsere freiheit gekämpft das sagt paulus hier you had this galatians if you wrote this you know this read it at home und wenn ihr das jetzt gelesen habt vielleicht habt ihr es euch aufgeschrieben lest es zurückfältig zu hause nach das war nicht satan der hineinkam es waren auch keine gefallenen engel die kamen um ihre freiheit zu stehlen keine dämonen kamen um ihnen etwas zu stehlen man humans sondern menschen menschliche wesen sie kamen ihre freiheit auszukundschaften aber paulus sagte wir haben ihrer gebundenheit nicht nachgegeben ihrem wunsch zu binden nicht nachgegeben entweder du bist in freiheit bei uns oder du bist draußen und das mag ich ihr habt ein freies land und einen freien geist und der muss beschützt werden und das ist der zweck dieses Dienstes wenn ihr nicht genau wüsstet worum es geht ich lege meine Karten offen vor euch hin und ich habe euch meine Früchte schon gezeigt in Deutschland habe ich meine Früchte 25 Jahre schon gezeigt und es hat so lange gedauert ihnen zu zeigen dass ich keine verborgenen Motive habe und bis heute schütteln die Menschen immer noch die Köpfe er muss irgendwas in seinem Ärmel versteckt haben aber ich habe da nichts versteckt kein abracadabra hokus pokus kein pure gospel of freedom das reine Evangelium der Freiheit wollt ihr das wollt ihr euch darin entwickeln dann sage ich euch lasst uns eine Familie sein lasst uns dieses Haus füllen und damit weitergehen gebt das weiter und involviert euch darin beteiligt euch daran seid nicht passiv ich weiß dass ihr Schweizer seid dass ihr neutral seid da braucht ja keinen Krieg anzupangen sondern einfach nur das Licht ein zu schalten und andere zu segnen seid nicht ängstlich wenn irgendjemand euch verfolgt wenn irgendjemand euch versucht eure Freiheit zu nehmen dann gebt nicht nach sie werden immer dieses bombastische Wort falsch benutzen dieses Wort Irrlehrer Falschlehrer damit versuchen sie euch zu verbinden Wenn du das Wort falsch andersrum liest dann ist es Schlaf geh zu schlafen mit deiner Falschheit See we use those bombastische words because we have something in our hands and we want to control it control it I cannot control my wife I love her I give her freedom I can my wife but not control I love her and give her freedom I am joking with I said look you know how many women I slept with the most beautiful women in the world I didn't understand this I said I am coming home I slept with so many women the most beautiful ones in the world she knows the truth and she knows the truth she is totally secure she is völlig sicher who created it and wer hat it she says I know you she said I kenne dich not I think I know you I really know you she said not I think that I think I know you I really know you know someone but in freedom you can know someone in God there is no bondage in einer Ehe is auch keine gebunden freedom freedom love rules in freedom the love rules in freedom is only in freedom and gnade gibt it no in freedom and god speaks in freedom amen 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 amen